Ich mute Peter, aber du jetzt. Triem, aber den Homeplot Booker... Ja, natürlich. Ja, ich hab ihn jetzt auch gemutet. Macht euch bereit, Jungs! Stimmt, jetzt mühse ich noch den Chat. Auf Loot umstellen. Ja, auf Loot-Chat. Ich hab einen neuen Chat angemacht, da ist nichts angezeigt, der ist einfach leer. Ich hoffe, in dem Loot-Log steht diesmal mehr drin, als beim letzten Mal. Ich auch, sonst auf unserer Seite. Drei. Drei. Ne, ne, fünf. Vier. Drei. Keine Ahnung. Eins. Los. Wow. Was? Ich hab hier ne Funkuhr stehen. Achso, okay. Okay, das Team gegen... Also, wir rennen wieder nach Nordosten. Aber der hat nen Blunder jetzt. Wenn der von Waffen hat. Ja, come on, als ob er damit fightet. Der hat nen Gangset an. Ja, stimmt. Also ist das Team von Wop-Wop. Ne, bisschen anders. Die haben ein paar Spieler ausgetauscht. Okay, ich sehe fünf Spieler, fünf Spieler, fünf Spieler. Die haben ein Arcane? Oh Gott, Mana Drain. Okay, ich sehe alle fünf. Sie cappen, sie cappen. Soll ich wieder da warten? Ja. Achso. Und die drainen mich die ganze Zeit. Naja, das ist übel was die da spielen. Mana Drain, Crossbow. Aber die haben keinen Tank, außer dem Arcane. Guck mal den Arcane ein bisschen. Jo, ich guck den Arcane. Hier ist ihn? Jo. Ja, 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 ja. Ich muss zurück. Okay, die haben aber Cooldowns, glaube ich. Okay, Mana Drain ist raus. Sehr gut. Ich brauche Mana, ich brauche Mana Gäste gleich. Okay. Jetzt, Mana hinten. Die cappen, by the way, die cappen. Ah, ist zu spät. Kannst dich nicht mehr unterbrechen, oder? Oh, nice. Die cappen wieder. Okay, ich habe jetzt keinen. Oh, voll. Okay, ich habe es abgebrochen. Nice. Ich habe Pierce gleich wieder ready. Crossbow schläft, sind geslowed alle. Die Klebe kommt rein. Komm, komm, komm. Wir müssen den? Klebe mit Pierce. Hop, hop, hop. Frost, 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 frost. Blir, ble, ble, ble. Okay. Komm! Was ist los? Okay. Keine Ahnung, was soll das sein? Wir sagten, die sind unser Mana. Ja, ja. Wir brauchen gegen neue Mana. Wir brauchen das Mana. Wir brauchen das Auto, wir brauchen wir hier. Guten Feather. Ja, ich komme gar nicht raus. Crossbow schläft rechts. Crossbow schläft rechts. Geh, ich bin Silenced. Achtung. Ja. Tschö. Brauche ich Mana hier. Irgend so, es geht Mana Couch. crossbow schläft wieder ich habe fast kein marmer mehr auf ich muss das können sie versagen klebe 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 ok ich krieg oben ja ich komme der mana train haben kein mana mann 23 jetzt habe ich dann werden sie jetzt kappen 1 1 ich habe es gefühlt gedocht okay mach mal mach mal interrupt auf deine schwerter bitte okay das sind aber noch alle fünf hier die sind alle kann man da out of range gehen oder sowas gar nichts ja ja ich merks ja das ist nicht cool aber reflect von der klebe ich muss zurück halten wir das jetzt halten wir das 20 minuten durch der wird mich gleich der wird mich gleich noch mal der wird mich der nummer train habe ich keines mehr da müssen wir halt die stecken massiv wir kommen runter die leben kommt wieder runter der cross ich bin silenz achtung ich setze gleich eine windball oder auch nicht fokus mich massiv nämlich fokuss kann ich das die klebe ist vorwärts gejumpt die klebe hat kein def klever hat doch den helm ich kann es dann wenn ihr wollt ok das mit dem mann hast doch behindertes fach ich hab gleich nicht ja okay ich jetzt schon wirklich dann machen wir müssen dann alle hat der kurs okay eine frage was hat der kurs ja ich bin auf dem weg okay wenn der kurs das noch mal macht wind wollen ich ihn und wir reißen den ab ja gif bot drauf und dann reißt ihn ab er denkt soll ich den ok weil der hat keinen keine rolle oder das gut das ist das was wir machen müssen müssen okay ich glaube ich fokus weil alle anderen können durch die wind voll durch ist okay ich kann das ähnlich dort schon was er gerade macht wir müssen halt wieder anbogen müssen wir anbogen kommen okay also ich denke der ok ist der ich habe zwei ich komme ich kann nichts machen wird der halle ich weiß nicht warum ich davor keine spaz benutzen konnte aus irgendeinem grund weil wir kein mal mehr ich habe kein mal mehr und ich habe noch nicht auch raus aber zurückkommen mann 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 ja ich muss gucken der fünfte ist gar nach hinten weggelaufen ja jetzt sind wir drei hoch komm komm auf den arcan auf den arcan auf den arcan auf den arcan reiß den arcan voll ab hylas gesilenced hylas gesilenced hylas hat keinen maler von denen ich stun ich stun NEIN NICE ok push 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 big stun die ist keppel Nein 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 ok auf den nix hier auf den crossbow ok achtung nicht overextenden ich habe slow schuhe slow schuhe slow schuhe slow schuhe ich habe gleich stun ok stun jetzt komm 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 reiß die oben ab ok alles gut looten looten und zurück looten und zurück der arcan ist wieder da Achtung 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 und cap den punkt ah das reicht doch reicht die sind aufgemauert und gehen rüber nehmt high ground position radio kommt Gäste kommst du da reichen gibt den noch nichts zu unterbrechen achso wahrscheinlich ja aber abholst du schon mehrere er sind schon da könnt ihr looten ich habe alles gute ok wir halten schurk schurk halten ok very good fight ähm mana willst du nochmal mana haben oder lass uns das behalst du die anderen sind voll die wollen die kugel versuchen hoch zu pushen dann ne die wollen cap game cap game Gabel gabel maute ne ne doch die spielen cap game die gehen alle runter ja es reicht ja wenn wir die jetzt irgendwie abhalten vielleicht soll die gravio doch hier bleiben in dem Fall und dings lasern damit die nicht cappen kannst du aber wir sind doch wir sind doch alle unten die sind alle gemautet halt pass auf die sind nicht gemautet ok ok komm jetzt her alles gut alles gut alle da ok die wollen die choke pushen kommt gerade ok mana drain Achtung geht da weg wenn ihr könnt die haben cooldown vollkommen ok ok die sind alle oben jetzt bis auf den Heiler alle oben bis auf den Heiler Stun Na geputcht hier ist der Heiler der Heiler ist gesilenced hinten der Heiler ist gesilenced und ich hab noch ne Windwall ich hab noch ne Windwall der wird auf den Heiler Windwall ok 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 what ok reißt oben was ab wenn ihr könnt klebe klebe ich hab Stun ach fuck du bist so cool raus leider ja ich muss zurück ich komm zurück ja komm zurück komm zurück ich hab nicht die Chokota wir haben 3 zu spiel ich weiß nicht der Aachen ist irgendwie durch meine Windwall durchgeglitscht mana also wir haben mana ok ok einer capped ja lass den oh mein mana ok Achtung ihr müsst aufpassen ihr seht ihr seht ihr seht ihr seht ihr seht den Bolzen von dem Crossbow nicht wenn er dich in low ground schießt ok ich krieg ein bisschen damage und wird mana gedrained nicht schön cool ok weil ich nicht gepullt werden wollte ok ok nice der Kate kommt wieder hoch du hängt mana von gestern Achtung ist raus Crossbow schläft Lebert ja ich bin gesilenced Achtung Aldi auch ja mach Heiler gestunnt ich bin inwes Heiler ich hab Windwall 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 alle reißt sie ab ähm den Heiler ok Heiler schläft bei mir unten Heiler schläft kommt runter der Heiler schläft hier Stun mach den Heiler ok der Heiler ist weg komm wir kommen Crossbow da ist ich nehme ich nehme ich nehme genau ja deshalb habe ich gesagt ich nehmen wir bleiben auf dem wir bleiben auf dem high ground geste gefahren ich sehe im moment nur zwei name text 3 steht stehen auch die stehen aufgemacht die stehen aufgemacht unten vier stück ok sie kommen westen südwesten vier stück fünf alle fünf abgemacht ok sie kämpfen jetzt die sind gespitzert egal aber das gute haupte haben wir lassen wir bleiben auf oben nicht untergehen sie auf einer einer ist aufgemacht 234 aufgemacht hat wir kämpfen ich gehe ja ja wobei sie schon direkt hoch okay den gadget vollzieht euch zurück ich bin gesilenced alles gut ist gerade oder ok die ketten sich legt ist der hell okay ich sieb den mann ich krieg der mensch nicht gut ich bin ich danke du bist der beste ist dann auf den forst ich sage jetzt die back line okay ich habe eine wind war oder auch nicht ich bin vor und ich habe es dann ab ich habe es dann ab crossbow crossbar fack nevermind die lebe klebe 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 ist gegiftet geben es gegiftet kommt gibt der klebe ich habe gleich dann ich habe es dann push 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 ich habe zwei leute gestand okay ich slow the joke sleep of the frost frost schläft oben schläft frost jedoch frost geht auf frost ich kann jetzt dann die klebe klebe könnte pull haben komm raus ich habe windball ich bin ein bisschen blatt der heiler hat kein maler von denen okay okay ja alles gut der heiler hat immer noch kein maler von denen ich gucke unten dass keiner kipp und er hat mal er hat noch maler pot grab hier sind alle fünf hier bleib hier wir dürfen jetzt so kein fight verlieren haben wir gewonnen 40 sekunden ok resi pot ist wieder ab schade der hammer brekt vom crossbows raus naja das beendet mich damit gut fight die gehen zurück oh boys ja wir haben kein set verloren oder ist ja sagen dass sie nicht halt wir stellen wir auf blackout oder äh wir gehen nicht wir können nicht blackout hat gewonnen auf mitgeweiht mitgeweiht stimmt ja natürlich also die müssen jetzt ihre selbst raustaschen weil richtig guter fight boys gut fight